Glyphosat ist der Pflanzenkiller. Wo er auf Blattgrün trifft, wächst erst mal nichts mehr. Der Mix aus recht einfachen Verbindungen wie Glycin und Phosphonsäure wird von den Blättern leicht aufgenommen, dringt bis in die Wurzeln vor und legt jede Pflanze lahm. 3.780 Tonnen Glyphosat wurden 2016 in Deutschland verarbeitet, weniger als die Jahre zuvor. Es bleibt aber immer noch das verbreitetste Pflanzenvernichtungsmittel. Meist versprühen es die Bauern vor der Aussaat nur in der konventionellen Landwirtschaft. Wie oft und wie weitläufig, darüber gibt es keine deutschlandweiten Zahlen. Je nach Erntejahr ändert sich auch der Einsatz auf den Feldern. Glyphosat darf am Boden um Obstbäume oder Weinstöcke benutzt werden. Und auch jeder Kleingärtner kann es sich einfach kaufen. Vor allem in den USA und Südamerika werden extra gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut, die dann resistent sind gegen Glyphosat, Gen-Soja etwa. Freie Bahn für den Einsatz gegen Unkraut. Die Risiken und Nebenwirkungen von Glyphosat sind heftig umstritten, genau wie die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. 2015 sagten Krebsforscher der Weltgesundheitsorganisation, das Herbizid sei wahrscheinlich Krebs erzeugen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sehen keine Gefahr für die Verbraucher. Kritiker werfen ihnen vor, sie verließen sich in ihrem Urteil auch auf Studien, deren Ergebnisse vom Glyphosat-Hersteller Monsanto beeinflusst wurden. Die Befürworte halten Glyphosat für ausreichend erforscht. Die Folgen für die Umwelt seien im Vergleich zu anderen Pflanzengiften am geringsten. Aber auch sie sagen inzwischen, je weniger Glyphosat, desto besser.